19 Erfahrungspunkte für einen Kontra. Sehr gut. So, ein Ärmchen kaputt, beziehungsweise Beinchen ist es ja jetzt so. Okay, was ist jetzt los? Ach so, hat sich teleportiert. Gute Idee, Donald. Ich kann ja auch zaubern. Gute Idee. Sooo, geschafft! Und dann schwindet wieder ein großes Herz. Die Kraft der Lüfter halten, Aero erlernt. Naja, so spannend ist das nicht. Und das Schlüsselloch ist abgeschlossen. Noch ein Navigomini erhalten. So, war es wieder so drauf sich festzuhalten. Oh mein... Sooo... Was ist denn nur los? Irgendwie will ich es nicht mehr so... Wie sollte... Hey, habt ihr da noch Naviguminis? Ich wette, dass soll ich euch einbauen. Ja, bitte. Hm, scheint wieder nur ein halbes Navigumi zu sein. Du müsst das Gegenstück finden. Okay. Sooo... Jetzt nochmal schnell zu Leon. Vielleicht will ich mir ja noch irgendwas sagen. Diese Stadt hatte also auch ein Schlüsselloch. Bei dich, Sora. Die Herzlosen werden immer stärker. Kein Geschenk. Danke, Sora. Du bist der Einzige, der die Herzlosen aufhalten kann. Zeig uns, wie es gemacht wird, Meister des Schlüsselschwerts. Ich wollte euch auch gerne ein Schlüsselloch sehen. Naja, nächstes Mal. Es gibt kein nächstes Mal. Sooo... Jetzt ist hier erstmal kurz Ruhe mit Herzlosen. Und ich geh jetzt speichern. Und dann ist bei mir auch Ruhe. Ich muss mich ums Essen kümmern. Noch ein bisschen dies tun, ein bisschen das tun. Und ja... Ich weiß noch nicht, wanns weiter geht. Muss ich gucken. Wie ich Zeit habe. Alles ungewiss. Sooo... Gespeichert ist. Dann sag ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Für mich. Und den Tag. Du bist in Begrüß? Du bist in Begrüß.